Ja, hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels in der Gruppe F zwischen Nigeria und Bosnien-Herzegowina. Ja, Nigeria hat das Spiel mit 1 zu 0 gewonnen. Ja, in der Startaufstellung bei Nigeria, wie erwartet, war Oboa Bono nicht fit für ihn, hat Jovo gespielt, der ja schon gegen Iran eingewechselt wurde. Dann im Mittelfeld gab es zwei Änderungen, da hat Uden Binge von Beginn an gespielt, statt Aziz und auch Babatunde statt Viktor Moses. Und bei den Bosnien in der Innenverteidigung hat Zunic statt Bicacic gespielt. Kolasinac hat nicht gespielt, dafür Meduncanin, der aber im Defensivmittel gespielt hat und für ihn ist Lulic in die Außenverteidigerrolle da gerutscht. Und ja, das Spiel fängt gleich einmal an mit einer gelben Karte in der 6. Minute für Meduncanin, der da ja fast eine Notbremse macht gegen einen Nigerianer, aber er war nicht letzter Mann, von daher gelbe Karte. Okay, den anschließenden Freistoß zickelt Uden Binge an der Mauer vorbei, aber dann auch doch am Tor vorbei. Ja, gleich darauf probiert es dann mal Besic mit einem Weitschuss, der ungefähr einen halben Meter übers Tor geht. Und dann in der 11. Minute ein Schuss von John Obi Mikkel, aber der geht auch nur knapp neben das Tor. Und dann gleich darauf in der 14. Minute Onasi mit dem Weitschuss und Abba Begovic kann da im Nachfassen klären. Ja, Auffallend war in den ersten Minuten Bosnien eigentlich, ja, fast schon wie gegen Argentinien eher ideenlos. Sie waren sehr leicht auszurechnen und Nigeria war eigentlich, ja, haben viel direkter gespielt. Ja, in der 21. Minute dann eine, ja, eine entscheidende Situation. Misimovic mit einem schönen Pass auf Dzeko, er schiebt den Ball auch ins Tor, aber der Linienrichter hebt die Fahne und das Tor wird wegen Abseits nicht gegeben. Aber in der Zeitlupe konnte man erkennen, dass das eine Fehlentscheidung war, denn Dzeko war nicht im Abseits. Und so sind die Bosnien ja um, ja, um die 1 zu 0, um den 1 zu 0 Führung, ja, betrogen worden. Das ist natürlich bitter, ja, dann gleich darauf in der 22. Minute gab es dann Chance für Nigeria eine Hereingabe von rechts über Ambrose und Musa verpasst er nur ganz knapp. Ja, in der 24. Minute ein Chance für Edin Dzeko schießt halb rechts, aber Enjama kann da gut parieren. Und dann in der 28. Minute ein Weitschuss von Jairovic. Kleine Unsicherheit von Enjama, der da nur abprallen lassen kann. Ja, aber dann in der 29. Minute kam da das 1 zu 0 durch Peter Odem-Wingi. Imenike setzt sich da auf der rechten Seite sehr gut gegen Spajic durch. Kein Foul und, ja, eine flache Hereingabe und Odem-Wingi schießt da zum 1 zu 0 ein. Die Bosnier haben da reklamiert, dass da vielleicht, ja, Imenike Spajic gefault hat, aber ich glaube, in der Zeitlupe konnte man sehen, das war ganz normaler Körpereinsatz und ich denke, zu Recht nicht abgepfiffen, ja. Dann in der 33. Minute eine schöne Flanke von Meduncanin. Dzeko kommt da nicht richtig an den Kopfball, wird aber gut gedeckt und, ja, Enjama kann da den Kopfball dann doch sicher festhalten, ja. In der 39. Minute setzt sich da Musa wieder mal rechts durchschießt aus Spitzenwinkel und Begovic kann da wieder im nachfassenden Ball halten. Ja, und dann in der 40. Minute gab es noch einen Weitschuss von Meduncanin, der ja auch nur relativ knapp am Tor vorbeigeht, ja. Das ging dann mit der 1 zu 0 für Nigeria in die Halbzeitpause. Und auffallend, wie gesagt, bei Bosnien nicht sehr viele Ideen. Sie haben immer versucht, immer wieder auf Dzeko anzuspielen und dann, ja, gehofft, dass Dzeko, ja, etwas macht. Wie gesagt, ein Tor wurde aberkannt, ein reguläres, was natürlich bitter war, aber insgesamt, ja, war das dann doch ein bisschen zu wenig. Ja, dann ging es weiter in der 2. Halbzeit, in der 54. Minute ein schönes Zuspiel von Pjanic auf den aufgeregten Musa, aber seine Hereingabe kann da gerade noch geklärt werden. Ja, dann in der 55. ein sehr guter flacher Weitschuss von Babatunde, wo Begovic wieder nach vorne abprallen lässt, aber kein Nigerianer kann da, steht da bereit zum Nachschuss. Ja, dann gab es die ersten Wechsel bei Bosnien in der 57. kam Ivisavic für Heirovic und gleich darauf kam dann auch noch Salihovic für Lulic. Ja, auffallend, ja, dass Bahic, der immer wieder Probleme gehabt hat im Zweikampf gegen Emenike, der ihm da, ja, körperlich überlegen war und, ja, der zweite Innenverteidiger musste da immer wieder mithelfen. Ja, in der 61. Minute dann ein guter Weitschuss von Babatunde, Begovic kann da wieder nur nach vorne abprallen lassen und danach kommt dann Emenike wieder ein Ball, schießt aus kurzer Distanz und Begovic kann da mit dem Fuß sehr gut klären. Ja, dann in der 64. Minute kam dann noch Susic für Meduncanin und danach bei Nigeria kam dann Amiobi für Musa. Ja, dann in der 65. Minute wieder Emanuel Emenike, der sehr, sehr emsig war, schießt aufs kurze Eck, aber auch da kann Begovic wieder parieren. Ja, in der 74. Minute gab es dann eine Chance für Ivisavic. Nach einem Eckball kommt er zum Kopfball, aber setzt diesen nur knapp drüber. Ja, in der 75. Minute gab es dann wieder Wechsel bei Nigeria. Babatunde war angeschlagen, für ihn kam Usoeni ins Spiel. Dann in der 77. Minute gab es dann einen, ja, guten Weitschuss von Pjanic, flach aufs linke Eck, aber Injama kann den Ball sicher halten. Und in der 81. Minute gab es dann einen Weitschuss von Onasi, den Begovic parieren kann. Ja, in der 82. Minute gab es dann noch gelbe Karte für John Obi Mikkel, nachdem er Pjanic gefoult hat. Und gleich darauf wieder ein Weitschuss von Emenike, der knapp rechts am Tor vorbeigeht. In der Nachspielzeit haben die Bosniere dann noch gedrückt auf den Ausgleich, ein Kopfball von Dzeko nach einer Flanker von Pjanic, aber der Ball fällt zu zentral aus. Keine Probleme für Injama und die Riesenschance zum Erstklag dann in der 63. Minute wiederkommt. Dzeko im Strafraum zum Ball, setzt sich durch und schießt aus der Drehung, aber Injama kann mit einer schönen Parade den Ball an den Pfosten lenken und rettet somit den 1-0-Sieg von Nigeria. Ja, für Nigeria war das der erste WM-Sieg seit 1998 und ich würde sagen, auch trotz der Fehlentscheidung des Absetzter von Bosnia, muss ich sagen, war das ein verdienter Sieg der Nigerianer. Sie waren viel spritziger, sie waren gefährlicher, sie haben öfters auf Tor geschossen und am Ende, ja, Injama hat es hinten sehr gut gehalten. Oden Winger, der diesmal von Beginn an gespielt hat und auch das Tor gemacht hat, hat hier sehr gut gespielt. Auch die beiden Mittel für das Spiel, Mikl und Onasi, waren sehr, sehr aktiv und auch Emenike, wie gesagt, hat da die bosnische Abwehr, die nicht sehr sicher ausgesehen hat, immer wieder vor Probleme gestellt. Ja, insgesamt muss ich sagen, Bosnien eine doch sehr enttäuschende Leistung. Wie gesagt, ein reguläres Tor, zwar aberkannt, aber am Ende war das dann doch zu wenig und sie waren nicht spritzig genug, sie waren vor allem in diesem Spiel physisch unterlegen. Sie haben zwar oft dann sehr viel Ballbesitz gehabt, aber sehr ideenlos immer wieder hohe Bälle auf Djokovic gespielt und insgesamt muss man sagen, dass das dann doch zu wenig ist und sie verdient ausgeschieden sind. Ja, das war mein Nachbericht zu diesem Spiel. Nigeria gegen Bosnien-Herzegowina, Nigeria gewinnt mit 1 zu 0. Ja, jetzt meine Frage an euch, wie habt ihr dieses Spiel gefunden? Schreibt es unten in den Kommentaren, würde mich freuen über ein Abo. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.